Hallo und herzlich willkommen, liebe DMSG-Community. Schön, dass du gerade eingeschaltet hast hier zu diesem Video. Bevor es losgeht, kleine Entschuldigung. Es war jetzt recht unregelmäßig, dass wir Videos hochgeladen haben. Sonst eigentlich in der Regel jeden Montag. Wir haben aber in der letzten Zeit ein bisschen was zu tun gehabt. Und was, darüber möchte ich heute mit euch sprechen. Auf jeden Fall wird es jetzt wieder regelmäßig Videos hier auf unserem Kanal geben. Also auf jeden Fall mal abonnieren, damit du kein Video verpasst. Es kostenlos. Und dann kriegst du eine Information. Hey, wir haben ein neues Video hochgeladen. Was denn passiert in der Zwischenzeit? Ihr dürft dreimal raten. Wir sind momentan auf YouTube vertreten und wir sind auf Facebook vertreten. Was fehlt denn jetzt noch? Naja, auf jeden Fall nicht TikTok. Zumindest vielleicht erstmal nicht. Wer weiß. Wir sind nun aber auf Instagram. Es gibt schon vereinzelt Landesverbände auf Instagram von der DMSG, die dort einen Account erstellt haben. Aber der Bundesverband, quasi alle 16 Bundesländer gemeinsam, hatten noch keinen. Doch das hat sich geändert. Das Ganze ist jetzt in diesem Monat gestartet, sprich im September. Und bevor ich euch ein bisschen erzähle, weil ich war auch wieder live dabei bei den ganzen Vorbereitungen, was da passiert ist und was da jetzt auch demnächst auf euch zukommt, worüber ihr euch freuen könnt, könnt ihr diesen Kanal hier unten in der Beschreibung, der Videobeschreibung auf YouTube finden. Bei Facebook wird es irgendwo da oben stehen und da ist ein Link. Da könnt ihr draufklicken. Wenn ihr einen Instagram-Account habt, würden wir uns mega freuen, wenn ihr uns dort folgt. Ich glaube, es war Anfang Sommer. Da wurde ich nach Berlin eingeladen für die Dreharbeiten für dieses neue Projekt. Und nicht nur ich, sondern auch drei weitere MS-Betroffene. Wenn ihr jetzt neugierig seid, wer das ist, dann checkt bitte einmal den Instagram-Account aus. Wie war das damals mit der Diagnosestellung? Was waren die ersten Gedanken, die wir hatten? Wie haben wir unseren Familien, unseren Angehörigen davon berichtet, dass wir jetzt MS haben? Was waren unsere größten Ängste und Sorgen? Und wie aber auch haben wir es geschafft, diese zu besiegen? Zumindest sind viele von uns gerade noch in dem Prozess dabei, das Ganze zu akzeptieren und zu verstehen. Deshalb kann ich ein bisschen spoilern, indem ich euch sage, es wird etwas tränenreich. Ja, sogar mir, der jetzt schon seit 2014 die Diagnose hat, sind beim Sprechen daran und bei so einem Erinnern daran wieder die Tränen gekommen. Und damit hätte ich in dem Moment selber nicht gerechnet, weil ich immer davon ausgehe, hey, ich bin jetzt so ein positiver Mensch, ich habe das Ganze akzeptiert. Es geht nach vorne im Leben, aber irgendwie ist da immer noch was in mir drin und das kennt ihr vielleicht von euch auch, dass man natürlich positiv und optimistisch versucht zu sein, aber tief in uns drin ist da noch irgendwas, was uns ja nicht loslässt. Natürlich ist es auch eine weitere Möglichkeit, mit der DMSG in Kontakt zu treten. Natürlich könnt ihr uns über E-Mails erreichen, über das Telefon, auch über Facebook-Nachrichten, nun aber auch bei Instagram. Und wenn ihr da Fragen habt, wenn ihr was wissen möchtet, wenn ihr mit uns in Kontakt treten wollt, weil ihr spezielle Fragen habt, die ihr nicht öffentlich irgendwo stellen möchtet, sondern im privaten Raum, dann könnt ihr das natürlich auch dort machen. Da würden wir uns sehr drüber freuen. Wir hoffen, dass mit dieser Kampagne es gerade den Neubetroffenen auch leichter fällt, das Leben mit MS zu akzeptieren. Deswegen versuchen wir aus unserem Leben zu sprechen, wie wir mit der ganzen Diagnose, mit unseren Symptomen, mit unserem Alltag umgehen. Ich persönlich muss sagen, das war einer der tollsten Drehs, die ich jemals hatte. Das war einer der aufregendsten und schönsten Kampagnen, die ich je erlebt habe. Und ich würde mich echt, echt, echt freuen, wenn das natürlich viel Aufmerksamkeit bekommt, dass das auch viele Menschen sehen. Deswegen jetzt nochmal die herzliche Einladung. Kostenlos ist das Ganze selbstverständlich. Ihr könnt auf Instagram mal unseren Account auschecken. Unten in der Videobeschreibung findet ihr den. Und wenn ihr sonst Fragen habt, dann könnt ihr das auch hier bei YouTube in den Kommentaren stellen. Und ich beantworte die euch dann natürlich. Ich kann nur aus meiner Erfahrung sprechen und mir hat dieser Drehtag unheimlich gut getan, weil ich auch gesehen habe, dass es noch so viele andere Menschen aus ganz Deutschland gibt, die mit der Krankheit der Diagnose leben, die damals Probleme hatten, mit ihren Eltern darüber zu sprechen, mit ihren Angehörigen, die heute noch oft damit zu kämpfen haben, dass sie stigmatisiert werden, dass sie auf das Unverständnis der Bevölkerung treffen, die sich mit der Krankheit natürlich nicht auskennen. Und deswegen glaube ich oder bin der festen Überzeugung, dass diese Art und Weise der Kommunikation gerade richtig ist und dass wir damit viele, viele Menschen erreichen können und für viele Menschen auch ein Stück weit die Hoffnungsträger dann sein können als DMSG. Dafür sind wir bei der DMSG ja da, um aufzuklären, um zu helfen, um zu unterstützen. Und von daher bitte ich jetzt euch noch einmal, unterstützt doch uns, wenn ihr der Seite folgen möchtet. Die lautet dmsg.community auf Instagram und ansonsten freue ich mich, wenn wir hier jetzt uns wieder regelmäßig montags sehen. Das bin nicht mal ich, das sind auch andere MS-Reporter. In diesem Sinne, abonniert den Kanal, verpasst keine Videos mehr und dann freue ich mich, wenn wir uns ganz bald wieder begrüßen können. In diesem Sinne, wir sehen uns, macht's gut und ciao, euer Kevin.